Mapea, 30. Dezember 2009. Böse Zungen behaupten, ich hätte heute Geburtstag. Diese Behauptung ist, so wie vieles, was man mir beigebracht hat, falsch und unwahr. Nicht ich wurde geboren, sondern ein Körperverstandorganismus. Ich wurde nie geboren und ich werde daher auch nicht sterben. Ich kann unmöglich dieser Körper sein, aus dem einfachen Grund, weil ich ihn wahrnehmen kann. Jedes kleine Kind weiß, dass der Wahrnehmende, also ich und das Wahrgenommene, also der Körper, verschieden sind. Es gibt zwei. Es gibt mich und es gibt den Körper. Ich nehme diesen Kopf wahr und diesen schicken Hut. Daher kann ich unmöglich weder der Kopf noch der schicke Hut sein. Ich nehme ein Auto wahr. Ich bin nicht das Auto. As simple as that. Der Körper ist ein vergängliches Stück aus Haut, Fleisch, Knochen und sonstigem Unrat. Ich hingegen bin das universelle, zeitlose Bewusstsein, welches den Körper belebt. Und ich existierte schon Ewigkeiten vor diesem Körper und ich werde diesen Roman noch um Äonen überleben. mitjenigen, einenètres einen sauberen位 zu essen. Wir brauchen immer eine neue Fantas Bartoluse. Xin